Hallo und jetzt sind wir zurück zu Tropico 5, wo wir immer noch ein bisschen mit den Finanzen kämpfen. Aktuell schaut es da nicht extrem gut aus, aber ich glaube das wird noch, ich hoffe das wird noch. Die Aufgabe hier bringt uns ja 30.000 und dann können wir uns vielleicht endlich das Stahlwerk leisten. Das wäre mal das nächste Ziel. Das sollte ja gehen. Eisenkohle haben wir ja beides auf der Insel. Also warten wir mal darauf ab, dass wir das erreichen. Wie schaut es hier aus? Ja, voll besetzt. 12 Agenten haben wir und die sind auch relativ gut verteilt. Ein paar Stellen Geld, ein paar Stellen Technologien und ein paar Lüften Geheimnisse. Und 76% in dem Fall ist nicht schlecht und bei den Alliierten sind wir mit 96 Punkten wirklich sehr beliebt. Also da kann man sich das auf jeden Fall trauen. Präsidente, ein Fisch kam mit einer Nachricht aus Rühe an. Da geht es weiter in Rühe. Konserven exportieren. Wir nehmen es mal an. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob wir eine Konservenfabrik bauen werden, aber für den Fall das ja, hätten wir da gleich eine passende Aufgabe. So, 57% das ist gut. Ah ja, Technologiestellen haben leider nicht geklappt, oder? Moment, konnte die Operation nicht abschließen, aber wir haben zwei von drei gestohlen. Okay, beklage ich mich mal nicht. Trockendock bauen. Jetzt kommen teure Aufgaben gerade rein. Präsidente, unsere Spione haben den Mann gefunden, der uns die Akten in Area 52 besorgen kann. Er heißt Edward Eisman. Wir sollten unsere bezauberndsten Agenten schicken, um ihn zu verführen. Edward Eisman ist ein einfacher Angestellter mit niedriger Sicherheitsstufe, der in Area 52 arbeitet. Er kann uns die Geheimakten der Alliierten beschaffen, inklusive der Karottenverschwörung. Wussten sie, dass die Alliierten eine neue Methode zum Aufspüren von Flugzeugen entdeckt haben, die auf Karotten basiert? Die sind sehr gut für die Augen und sie können damit Flugzeuge schon aus großer Entfernung sichten. Okay. Jemanden, der bezaubernd ist. Ja, dann müssen wir fast. Eine gute Frage, wer ist hier bezaubernd? Oder schauen wir mal anders, was wollen wir für eine Belohnung? Plus 10 Beziehungen zu den Achsenmächten eine Fertigkeit erhöhen oder 5 Immigranten mit College-Bildung? Ja, ist alles interessant. Wer ist hier bezaubernd? Der Lord Oxwerf ist eigentlich nicht sehr bezaubernd. Haben wir ein bezauberndes Familienmitglied vielleicht? Schicken wir hier die Companiera Vasquez oder den Companiera Vasquez. Ich bin immer gar nicht sicher, ob das eine Ere oder eine C ist. Naja, bezaubernd klingt der Name so oder so. Dann nehmen wir das mal an, dass wir es drin haben. Da haben wir wieder eine zerstörte Farm. Eine schöne Entdeckungsreise haben wir da auch gemacht. Die gerade und gerade nicht aufgedeckt. So, ich glaube Baumwolle. Na, Fisch exportieren wir gerade zu etwas höheren Preisen. Irgendwas, was interessanter ist. Maximal Wolle. Für den Fisch bekommen wir 135 mehr. Hier bei der Wolle. Naja, ähnlich. Von dem her lohnt es nicht. Beziehungsweise hier wird es lohnen, darauf umzustellen. Wie viel haben wir denn schon vom Fisch exportiert? 4.000. Dann nehmen wir vielleicht das hier an. Bringt ein bisschen mehr. Da wird gerade nicht produziert. Vermutlich das ganze Fischgebiet leer gefangen. Gelder stehlen hat nicht geklappt. Im Moment sind wir da offensichtlich nicht so erfolgreich, wie ich gerne hätte. Hoffentlich klappt das das Technologien stehlen. Herzlichen Glückwunsch, Präsidente. Der Sozialismus hat auch endlich zu uns gefunden. Da wir in diesen Dingen noch recht unerfahren sind, habe ich uns einen Leitfaden besorgt. Zehn Bürger mit College-Bildung für eine neue Klinik. Dann streichen wir vielleicht das Trockendock. Und eine neue Klinik wäre sowieso gefragt. Ich glaube, die hier ist ordentlich überlastet. Ja, 150 von 150. Ich glaube, College-gebildete Bürger helfen uns im Moment. Ja, wobei wir haben eh nur einen verfügbaren Job. Von dem her bleibt es sich fast gleich. Gut, hilft nichts. Wir müssen ein bisschen abwarten, bis wir zu Geld kommen. Heißt es geduldig sein. Aber die Aufgabe könnte man dann vielleicht noch erledigen. Die Bonität erhöhen dürfen wir auch nicht vergessen. Wir können theoretisch ja zurückzahlen und gleich wieder ausleihen. Sollen wir es wagen? Ich würde sagen, wir treten an zur Wahl. Trauen wir uns. Wir haben es ja einmal schon verschoben. Und falls wir es noch schaffen, irgendwas zu bauen, was natürlich toll wäre. So, Technologiestellen ist im nächsten Monat soweit. Und wir haben es offensichtlich geschafft, nachdem wir eine Menge Geld bekommen haben. Okay, da werden wir auch, passt auf, mal die Bonität erhöhen, indem wir ein bisschen was zurückzahlen. Und dann haben wir noch genug Geld für eine Klinik. Die Frage ist, haben wir noch genug Geld für ein Stahlwerk? Werden wir einen Kredit aufnehmen? Vielleicht, aber da bräuchten wir vorher mal Minen. Dann starten wir zumindest mal mit denen. Mitten ins Feld rein, natürlich. Mal die Erzmine bauen. So, Bonität erhöhen. Hilft ja bei den Kapitalisten. Sollte unserem Ruf insgesamt gut tun. Wenn wir auch noch eine Klinik bauen, dann schätze ich mal, sollen die Leute noch ein bisschen zufriedener sein. So, dann würde ich fast sagen, ziehen wir die hier ab vom Technologiestählen. Geheimnisse lüften, warten wir noch kurz ab. Und da werden wir bei der Gegenseite auch Geldstählen probieren. Müssen wir nur schauen, dass wir uns mit denen nicht zu sehr verscherzen. Präsident, Edward Eisman hat die Akten aus Area 52, aber ausländische Spione auf Tropico selbst haben ihn dazu gezwungen, sich zu verstecken. Wir müssen diese Spione ausschalten. Herr Eisman hat mit Pertukan, hat mir, ich schätze mal, das heißt mit, das mit hier steht für mir, so, Herr Eisman hat mir Pertukan eine Nachricht zukommen lassen, dass er uns die Aktien aus Area 52 überreichen wird, sobald wir uns um die ausländischen Agenten gekümmert haben. Unsere Streitkräfte werden die feindlichen Spione aufspüren und markieren. Es liegt an ihnen, wie wir mit ihnen verfahren sollen. Wir können sie verbannen, einsparen, töten oder bestechen. All das sind gute Optionen. Spüren Sie 25 aufländische Spione aus und kümmern Sie sich um die. Das ist relativ redundant mit der Aufgabe, wobei hier sind es nur 20. ein Baubüro, um bei den Kommunisten ein bisschen besseren Ruf zu erhalten. Okay, das behalten wir uns auf jeden Fall mal. Die Aufgabe, Bergwerk steht, forschen, können wir auch weiter, Schmuckfabrik, Bank, was kostet eigentlich das Zollamt, das würde uns auch helfen, beim Geldmachen, 8000. Das ist die Frage, ob wir nochmal Staatsschulden machen, dann können wir das uns leisten. Können wir ein bisschen die Exporte fördern. Zweites Transportbüro haben wir ja mittlerweile. Landet hoffentlich ein bisschen mehr am Hafen. Hochwaltiger Bedruck, den haben wir zwar immer noch nicht, aber wir können sie ein bisschen besser versteuern, immerhin. Und die Gesundheitszufriedenheit ist ordentlich raufgegangen, dank der neuen Klinik. Freut mich. Zollamt ist auch fertig. Irgendwas, was da interessant ist, Impothandelsangebote, Erlöse umleiten, braucht es auch nicht. Ja, mit der Wahl schaut es dafür gut aus. Gesundheitszufriedenheit haben wir auch erledigt. Kameradpräsidenten, laut Leid. High school, naja, brauchen wir glaube ich keine zweite. 65% Zufriedenheit, also das neuer Rekord. Es müsste nur noch Geld irgendwo herkommen. Wir haben die Chance, den Outdienst. Betrügen müssen wir definitiv nicht. Hoffen wir, das Zollamt hilft uns ein bisschen beim zusätzlich Geld generieren. Das Wahlergebnis ist da. 64%, das ist natürlich super, können wir sehr stolz sein. Eine Bananenplantage wurde zerstört. Ah, jetzt hat man kurzzeitig ein bisschen Geld. Was kostet noch mal das Stahlwerk? 13.580. Dürfen nicht vergessen, wir brauchen auch Kohle. Das können wir auf jeden Fall gleich anzapfen. So. vielleicht eine Abkürzung. Und was haben wir hier? Wussten Sie, dass es nicht zum guten Ton gehört, dass Silber bestätigt, eine diplomatische Bank zu stehlen? Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Dauert zwar ein bisschen, aber wir bemühen uns, hier werden wir mal aufhören, Geheimnisse zu lüften. werden sie eher hier lüften, dann werden wir uns mit den Alliierten wieder ein bisschen besser stellen. so, wie ist die aktuelle Lage? Ja, bis auf die Wohnungen ganz okay, ein bisschen unterhaltsamer könnte es auch sein auf der Insel. Sonst passt's. Sonst passt's. Hierververdienen wir eigentlich mit Eisen. Eine gute Frage. Müssen wir mal nachschauen gehen. Ah, hier ist ein 1.134. Ja, Kakao ist immer noch das lukrativste. Aber er weiß, mit ein bisschen Glück können wir sogar unser Stahlwerk zusammen sparen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Aber ich glaube, ohne Geld stehlen schaut's da eher schlecht aus. Nicht vergessen, wir müssen dann auch noch in Summe 200.000 zusammenbringen, um die ganzen ausländischen Agenten zu bestechen. So, einmal Geld stehlen hat geklappt, zweimal... Ah, ich nehme mal an... Ah, das erklärt auch die Aufgabe vorher mit den Technologien, dass man es einfach dreimal probieren muss, egal, ob es erfolgreich ist oder nicht. Hier ist mir mal ein heißer Tipp. Na gut, dann sollte man ja garantiert in absehbarer Zeit zu der Belohnung kommen. Hier ist man mittlerweile kalt, dann lassen wir das vielleicht bei denen, wenn es eh egal ist, ob man es schaffen oder nicht. Stellen wir mal nur bei den... bei denen, wo wir ein bisschen besser gestellt sind. Und dann hoffen wir, dass wir unsere Wirtschaft noch retten können. Wäre schade, jetzt haben wir schon so lange durchgehalten ohne gröberen Zwischenfall und unsere Einwohner sind so zufrieden mit uns. Würde ich ungern nochmal alles neu starten. So, sind wir schön im Plus, dank der Aufgabe. Dann, her mit einem Stahlwerk. Eröffnet planen wir hier noch einen Hafen ein, dann machen wir das Stahlwerk da in die Nähe von Eisenbergwerk. und die Frage ist, ob wir Schulden zurückzahlen sollen oder nicht. Wir würden uns ein bisschen Zinsen sparen, aber lieber bin ich im Moment noch liquide. Eine Konservenfabrik, die braucht ja Strom. Das klappt mal noch nicht. Die Textilfabrik, glaube ich, braucht keinen Strom. Die Schmuckfabrik müssen wir erst forschen. Ja, Rum oder Zigarren wäre natürlich noch toll. Müssen wir halt noch die entsprechenden Felder bauen. So, genug Highschool-Schüler haben wir hoffentlich. Acht Arbeitslose. So. Alles Universitätsangehörige, aber ist auch okay. Oh, ein Agent ums Leben gekommen. Wir haben versucht, Geld zu stehlen. Jetzt haben wir nochmal elf in dem Falle. Kann man das hier noch halbwegs beschleunigen? Na, dann behalten wir die lieber. Dann versuchen wir es noch einmal, Geld zu stehlen. und vielleicht hilft es auch, wenn wir bald mal vorausgehen, wir können es uns leisten, die ganzen Mächte bei uns einladen. So, welches war die Aufgabe, wo wir kostenlose Kontrollpunkte bekommen? Ich glaube, die haben wir inzwischen. dann haben wir hier Kontrollieren. Wobei, wir haben, glaube ich, eh schon einige aufgedeckt mittlerweile. Stahlwerk ist fertig und im Betrieb kommen hoffentlich gleich die ersten Rohstoffe. Die Arbeiter sind schon da und warten. Upgrades haben wir lange keine mehr gemacht. Kohle ist mal da. Aber wir können ja weiterhin versuchen, Geld zu stehlen und Geheimnisse zu lüften. Verteilen wir es einfach ein bisschen anders. Muss ja nicht ganz so oft sein. So. Irgendwelche neuen, interessanten... Oh, da ist was flöten gegangen. Verträge. Wolle haben wir zurzeit. Zigarren. Da ist unser Ruf zu schlecht, sonst wäre es ein sehr attraktives Angebot und ich würde mir gerade überlegen, ob wir irgendwie zu einer Zigarrenfabrik kommen. Ist das ein besseres Angebot? Nein, das ist das. Tabak für 1800. Nein, da brauchen wir überall einen guten Ruf. Baumwolle für 2300. Ja, unseren Ruf haben wir uns natürlich ruiniert mit diversen Aktionen. Nehmen wir mal an, falls wir es irgendwo freikaufen müssen, sozusagen. Und da wird fleißig Stahl produziert. Dann hoffe ich mal, dass das die Einnahmen ein bisschen rauf treibt. Bin ich gespannt. Noch sehe ich mal kein Stahl. Ah, da ist Stahl. 600 Stahl. müssen wir dann gleich schauen, für was der verkauft. Oder wir bekommen wieder eine attraktive Aufgabe. Wäre auch schön. Also, dann schauen wir mal. Stahl. 3.900. Ja, das schaut schon besser aus. Das bringt auf jeden Fall mehr Geld. Was, was hier noch interessant ist. Schmuckfabrik ist die Frage, ob wir Gold auf der Insel haben. Schauen wir uns mal hier vielleicht die zwei Minen noch an. Wo waren die? Da. Die sind noch nicht ganz aufgedeckt. Irgendwo wird protestiert. Und da ist gerade ein Vor, glaube ich, zerstört worden. Ein religiöses Gebäude. Was geben wir denn auf? Die Wahrheit über Area 52 möchte ich eigentlich nicht aufgeben. Die würde ich gerne herausfinden. Gehen wir das vielleicht auf? Wir haben eine besonders... Auf der Straßensattel. So, die Bank hätten wir mittlerweile auch zur Verfügung. Da fehlt es an Eisen. Hoffe, das kommt bald. Und ich würde sagen, falls wir da jetzt nichts weiterbringen, weiterbringen und ich einfach noch nur warten muss, bis Geld daherkommt, kann man ja auch mal ein Stückchen rausschneiden aus der Mission. Und jetzt nur warten und schauen, dass wir irgendwie ins Plus kommen. Vielleicht auch nicht gerade das Spannendste. Ja gut, wenn das Geldsteel ein bisschen besser funktioniert. Das würde uns schon helfen. immerhin funktioniert es teilweise das Geheimnisse lüften. Jetzt sind wir da wieder warm. Dann ziehen wir hier mal ein paar ab und lassen wieder mehr Geld stehlen oder schneller. So, zusätzliche Einnahmen. Können wir eigentlich schon Öl anzapfen? Na, da brauchen wir vorher das Zeitalter Kalter Krieg. Sägewerk, weiß ich auch nicht, ob sich das lohnt. Eine Zigarrenfabrik wäre natürlich toll. Kaffeeplantage. Wir können uns ja mal darauf vorbereiten. Vielleicht mit dem Anbau von Tabak haben wir, glaube ich, bis jetzt noch nirgends. Oder? Schauen wir vorsichtshalber noch. Das waren die Bananen, oder? Genau. Kakao, Kaffee, Baumwolle, Mais, noch mal Kakao. Theoretisch können wir die Baumwolle auch auf irgendwas umstellen, was mehr bringt. Falls hier irgendwas gut geht. Da ging Tabak. Okay, dann stellen wir das um. Perfekt. Highschool Baubüro, religiöses Gebäude. Mal schauen, Religion ist auf 54. Würde ich eher fast für die Unterhaltung gerne zwischendrin wieder mal was machen. Das wieder aufbauen kann man sowieso nicht leisten. Ja, jetzt sollte man eigentlich einfach alle Farmen ein bisschen umstellen auf irgendwas, was mehr bringt. Moment, habe ich da nicht auf ändern geklickt? Kann das sein? Bananen. Ah, jetzt aber. Die Bananen. Naja, möglichst viele unterschiedliche Lebensmittel ist auch gut. Da wird gestreikt. Das ist etwas ungünstig. Verlieren wir ordentlich Geld. So langsam, langsam, langsam kommen wir wieder ein bisschen zu Bahrem. Wann kommt das nächste Schiff? Dann traue ich mich vielleicht noch und baue doch noch eine Fabrik. Stahl bringt schon mal gutes Geld. Geht es sich aus oder nicht? Ging es sich aus, oder? Zigarrenfabrik. So, da war eine Kakaoplantage. Okay, gut. Würde ich sagen, machen wir eine Pause an der Stelle. Geht ein bisschen zäh voran, gebe ich zu. Aber schauen wir mal, was die nächste Aufnahme bringt. Vielleicht jetzt mit einer zweiten Fabrik. In der Hoffnung natürlich, dass uns die ausländischen Agenten, die nicht kaputt machen, kommen wir vielleicht wirklich mal zu ein bisschen Geld. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ciao, Picook. Viper denk und Weber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.